Die KPÖ Tirol tritt die Landtagswahl an und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir wollen Alternative sein auf dem Stimmzettel. Unterstützungserklärungen sind ganz einfach. Du gehst einfach auf die KPÖ-Seiten, ladest herunter, druckst aus, gehst mit Lichtbild aus als Gemeindeamt und dann schickst du uns wieder zurück. Das macht einen mega Unterschied für uns und uns hat es volle Freude, wenn ihr das Video nachher auch noch teilt an Freunde, Bekannte und Familie. Danke!